It's time to say goodbye bitch Und ich einfach zu leise war, das war ja nicht mehr feierlich Auf jeden Fall habe ich meine Steuerung ein bisschen angepasst, deswegen, ja keine Ahnung, laufe ich ein bisschen unrund oder fliege vielleicht manchmal unnötig runter Keine Ahnung, ist noch echt ungewohnt zu zu spielen und an die Leute, die unter dem anderen Video, das ich jetzt privat oder was ich löschen werde Die da unter den Kommentaren geschrieben haben, wann das Texture Pack kommt Das kommt, oder wo der Link bleibt, der Link ist, also ich habe nicht vergessen irgendwie da den Link drunter zu setzen, sondern Ist noch in Bearbeitung Ja genau, also ich werde mich da viel, also ich werde jetzt nicht einfach irgendwas hinrotzen, sondern ich werde einfach, sagen wir mal, wahrscheinlich länger, also längere Zeit da in Anspruch nehmen Weil, ja keine Ahnung, es soll ein Texture Pack sein, mit dem ich halt auch lang spielen werde Und nicht einfach nur, ja keine Ahnung, so Und nicht einfach hinrotz und dann einfach beim, keine Ahnung, zweiten Game gar nicht mehr, oder zweiten Aufnahme gar nicht mehr mit dem Spiel Also soll schon was geiles werden, deswegen wundert euch nicht, wenn das 1000-Abo-Special ein bisschen, ähm, länger braucht, ne? Und ich habe bisschen Lags und der Laser von der scheiß Maus ist echt vollkommen na Bullshit Grüße gehen an Saturn Echt, so Grüße gehen richtig raus an Saturn, man Also Ich bin auch so klein mal wieder umgetauscht, Alter, so geht's nicht, ey Oh my god Oh my god Oh my god Aua Ja, ich habe ein Problem Was ist denn? Mein Pc wie Saturn, da kommt ja das Ding, wenn man so aufs Sneakt Und da habe ich angedrückt, jetzt kommt wenn ich sneak immer so ein Pieps-Geräusch xD xD Digga XD Was hast du gemacht, Mann xD 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 Jetzt mal ohne Spaß, ne, die geben mir so die... xD xD also heutzutage bekommt doch gar niemanden ein knockback das Problem ist halt eigentlich ich kann halt einfach nicht nicht deine cps ich krieg nur aufs neues du musst bei mir machen alter hey Dika jetzt mal ohne Spaß ich kann halt nichts ohne sie ist das jetzt deine Dika was soll ich machen ich krieg soviel noch ja ok ich save Gold meine Maus alter Dika Kippe Eisen oder Gold Dika ich führe das aus EP stärkig ja Dika mein Laser komm doch her Maus Dika der Scheiße Dika ich kann halt nichts machen gib doch das Gold ach so hier Dika Dika der Laser ist am Arsch Dika ich kann nicht nur mit Burgen spielen alter wenn ich anbiete ziel ich einfach nach irgendwo hin alter Dika 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 auf dem Dach und ich bin direkt drunter ja dann bin geäst warte ich Dika 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 ich kann mich nicht so viel nur noch ein block kann halt nichts mal kann nicht mal das bett abbaue ich habe keine blöcke ich kann mich nicht einfach blox der blocketen und das sei gut bei der lebt bei der lebtin scheiße die das war ich erfunden man grüße geht raus und an den von vodk Martin ist auf jeden Fall ja man Martin ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt ich hoffe dieses mal ist das Video besser gelungen haut da rein bis zum nächsten mal und tschüssi tschüssi